Mit der symbolischen Einweihung der Stele in der Touristinformation am Senftenberger Stadthafen wurde am 26. April ein neues digitales Angebot im Lausitzer Seenland in Betrieb genommen. An insgesamt sieben Standorten informieren künftig digitales Thelen über die touristischen Möglichkeiten in der Region und im Land. Der Tourist kann sich an diesen Geräten umfangreich informieren. Er kann seinen gesamten Tagesablauf im Urlaub gut koordinieren. Am Vormittag eine Radtour. Hier sind sämtliche Radwege im Lausitzer Seenland und darüber hinaus abgebildet. Am Abend kann er sich dann noch kulinarisch verwöhnen lassen. Es sind Restaurants aufgelistet. Für die Kinder gibt es Attraktionen. Auch ist es möglich, dem Gast zu schauen, möchte ich in ein Museum gehen, wann sind die Öffnungszeiten, welche Zeitausstellungen gibt es. Die touristischen Informationen und Daten können auch auf Smartphones oder Tablets übertragen oder direkt mobil abgerufen werden. Um das touristische Angebot weiter zu verbessern, werden Besucher künftig an verschiedenen Sehenswürdigkeiten mittels einer ständigen digitalen Besuchermessung gezählt. Die Ergebnisse sollen das Besucheraufkommen sichtbar machen und die Besucherlenkung optimieren. Dazu wurden an den touristischen Hotspots Schleifen in den Asphalt eingebracht, die das Besucheraufkommen getrennt nach Fußgängern und Radfahrern registrieren.